Der 1. April von Caroline Stahl Heute ist der 1. April, heute führe ich an, wen ich will. So sang Ernst und hurtig rief er den jüngeren Bruder Ludwig. Oh höre, sprach er, tu mir doch den Gefallen und hole mir aus der Apotheke um ein Groschen Krebsblut. Ludwig nahm sich nicht die Mühe, über den Auftrag nachzusinnen. Er eilte fort, blieb lange weg und kehrte endlich weinend nach Hause. Ernst lachte ihn aus, aber er erwiderte, das verbitte er sich. Zuerst hatten ihm die jungen Leute in der Apotheke ins Gesicht gelacht, dann hatte ihn ein bejahter Mann, der zugegen war, gefragt, ob er nicht wisse, dass die Krebse statt des Blutes eine weiße, kalte Feuchtigkeit hätten. Beschämt schlich Ludwig fort und die Mutter gab ihm die Lehre, mehr nachzudenken und nicht alles, was man ihm sagte, leichtsinnig nachzusprechen. Ernst lachte noch, als einer seiner Schulkameraden eilig ins Zimmer trat und ihm zurief, er solle gleich mitgehen, der türkische Kaiser wäre mit einem großen Gefolge angekommen und auf dem Markt zu sehen. Ernst stürzte fort, kam aber nach einer Weile ganz kleinlaut zurück. »Aha«, rief Ludwig lachend, »bist du auch angeführt?« »Es geschieht dir schon recht.« »Oh, einmal nur«, versicherte Ernst, »heute macht mir niemand mehr etwas weiß.« »Und mir ebenso wenig«, sprach Ludwig. »Hört, Kinder«, rief Marie, die ältere Schwester, schnell hereintretend, »ich gebe einem jeden von euch ein großes Stück Kuchen, wenn ihr mir, sobald als möglich, dort von dem Krämer um zehn Groschen Mückenhaare holt.« Vergessen war jeder Vorsatz nachzudenken bei den Knaben, und sie sprangen fort. »Du hast uns schön angeführt«, klagten sie zurückkommend. »Wir sind recht ausgelacht worden, und die Leute meinten noch, es sei Schande für so große Knaben wie wir, solche dummen Sachen zu glauben.« »Es war ja nur ein Spaß«, entschuldigte sich Marie. »Aber wenn ihr mir etwas holt, das ich wirklich gern hätte, so soll euch der Kuchen nicht entgehen.« »Ich wünschte, einen Pfund Schwalbenhaare zu haben. Könnt ihr mir das nicht von dem Mann, von dem die Mutter Rosshaare kaufte, verschaffen?« Der kleine, fünfjährige Theodor war zugegen, und als Ernst und Ludwig die Mützen ergriffen, fortzulaufen, fragte er zweifelnd, »Ja, aber die Schwalben haben ja Federn und nicht Haare auf dem Kopfe. Wo soll man denn die Schwalbenhaare herbekommen?« Errötend schwiegen die Brüder und legten die Mützen hin. »Aber jetzt«, sprach Marie, »holt mir im Ernst Dachtraufenöl.« »Du, Theodor, kannst danach gegenüber im Laden gehen.« Theodor lief bis an die Haustiere. Dann kehrte er um. »Ja, aber aus der Dachrinne träufelt nur Wasser und nicht Öl. Du willst mich nur anführen.« Die Elternbrüder merkten sich das und dachten mehr über alles nach. So war ihnen der 1. April ein nützlicher Tag.